Ja, also, liebe Kinder, das ist eine Frau. Und das ist ein Mann, der hat zwar ein Kind von sich. Und wenn die so machen, ja, so. Na ja. Dann kriegen sie Kinder. Und dann kriegt die Frau so einen Bauch. Und, und, und. Eigentlich solltest du ihm beibringen, was Ficken ist. Hast du jetzt gefutzt? Nein, du wirst. Arschficken. Ich lache dir jetzt an. Wir wollen Arschficken sehen. Ich lache dir jetzt an. Okay, Arschficken, Arschficken, Arschficken. Oh, ich bin das Arschficken. Du musst. Du. Du musst hoch. Der Teddy muss hoch. Weil der hängt ja so unten drin. Du musst den Teddy so hoch machen. Genau. Die Tamara findet es geil, wenn sie das macht. Schau mal, der Teddy findet es gar nicht so geil. Sie wird voll vergewaltigt, ja. Sie wird auch voll vergewaltigt. Und sie schickt sich in den Arsch. Die Tamara findet es toll. Die Tamara findet es voll geil. Und jetzt? Was sollen wir? Jetzt machen liebe Kinder immer den Arschficken. Ja, habt ihr irgendwelche Fragen, meldet euch bei uns, ne? Genau. Ey, wusstet ihr, dass wenn ihr ein Handy in der Hosentasche habt, dass ihr dann keine Kinder kriegt? Ich fühle dich strahlen. Dann fick ich immer mit einem Handy in der Hosentasche, damit ich keine Kinder kriege. Das war so geil. Die Glocken sind wieder. Ja, die, die Glocken. Immer wenn wir von der reden. Von Anneliese. Ja. Ja, wir reden ja auch nur alle Viertelstunde. Oh, die Kissen. Das ist die Nina. Und das sind die fickenden Bären, ne? Und das, die fickt gerade das Kissen. Boah, ich kann dem halt nicht mit irgendwie aufrichten. Ich muss mich nicht mehr aufrichten, weil sonst, aua. Hört mir da eigentlich den Ton. Ja. Cool, man hört den Ton hier. Also wir sind jetzt in der zweiten Zimmer. Egal, ich gehe vorher von mir. Tamara, kickt nur Gast. Tamara, kickt nur Gast. Wir sind hier aber echt gepumpt, ne? Wir drehen die laute Orgasmen. Orgasmen. Wir drehen die laute. Meine Oma, so sie war mit, mein Ohm. Da ist die Lärm, die haben wir vorhin kaputt gemacht. Vor, nüber, ins Eck und nauf. Oh, da ist ein Bild. Und das Ding, eigentlich sollte da ein Kortz hängen, aber tut kein Häuschen. Im Schrank, da wohnt die Anneliese und die kommt raus und tüttet uns und wir schlafen. Und ich glaube, wir schlafen diese Nacht gar nicht mehr. Nachmachen auch die Nacht durch, ey. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Ich halte mich jetzt so richtig auf, boh. Ey, die sind voll geil drauf, Mann. Was hat die Anneliese umgegeben? Ich glaube, wir haben vor allem es genommen, ey. Ich halte mich jetzt so richtig auf, boh. Vielen Dank.